Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, genau gesagt Crasstorio meiner aktuellen Serie. Letztes Mal haben wir Leichtbauteile gebaut und Raketentreibstoff, weil unser Ziel die Zubehörtechnologiekarten sind. Und wir sind noch nicht ganz da, aber fehlt nicht mehr allzu viel. Ich denke das Erste was wir hier mal machen, wir legen beides auf ein Band. Und dann gehen wir hier rüber, denn wir brauchen auch die blauen Prozessoreinheiten. Das heißt wir werden erst hier unser Setup für die Karten bauen. Was wir auch brauchen sind die Basistechnologiekarten und das haben wir bereits ein paar mal gemacht. Kabel und dann hier die Karten. Mal so, mal so, mal so und langer Greifarm. Da brauchen wir nur noch Eisen dran. Das heißt hier, das heißt hier Kopfer. Egal von wo. Wenn es nicht der oberste ist. Und dann brauche ich hier Eisen. Okay, können wir auch vom untersten nehmen. Nehmen wir hier kleine Massen und verbinden das mit dem Rest unserer Basis. Und das Ganze müssen wir dann auch noch ausbekommen. Vielleicht noch ein großer Strommast. Gut, dann haben wir eigentlich alles was wir da brauchen und wir machen das in Forschungslaboren. So, das könnte unser Ausgang sein. Das heißt unsere vier Forschungslabore. Ich hatte sie doch gleich in der Hand. Technologiekarten. und da rein. Da raus. Kurz und kurz. Und dann kommen wir hier von unten und da von oben. Und dann hier eine Kiste. Wo wir das Ganze zwischenlagern. Und dann können wir rasch mal das Band mit den beiden mit Raketentreibstoff und Leichtbauteilen rüberziehen. Denn wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben, das brauchen wir nur für die Forschung. Für unsere Rakete. Da bauen wir dann nochmal was auf. Gut. Hier brauchen wir sowas. Und dann hier. Hier brauchen wir die blauen Prozesse. Einheiten. Dann verlängern wir den Bus einfach ein wenig, damit wir sehen, wo wir drunter durch müssen. So, der Bus hat bereits eine ordentliche Breite. Und er wird nur breiter werden. Aber natürlich sind wieder Materialien ausgegangen. Es ist immer dasselbe. Wenn man mal so richtig schön im Fluss ist. Und dann plötzlich ist Ende. Aber das sollte uns zumindest für diesen Teil reichen. Wir müssen dann die Karten noch nach vorne durchschleisen. Aber dafür klappen wir wahrscheinlich nicht allzu viele Vorderwänder. so. So. Bus verlängert. Und das sollten die Letzten sein. Gut. Dann ziehen wir das mal hier unten durch. Und dann parallel zurück. bis zu unserem Forschungszentrum. Wir müssen hier unten durch. Wir müssen hier unten durch. Jetzt müssen wir hier unten durch. Wir müssen hier unten durch. Wir müssen hier unten durch. Und unglücklicherweise. Es ist einfach so. Aber diese Forschungslabore sind nicht mehr gut genug. Wir brauchen neue. die Verbesserten. Die hier und die brauchen die anderen als Eingang. Und von den Basic Chips. Die brauchen wir nicht mehr. Das heißt. Wir können die neuen hier mit ranlegen. Das mache ich mit denen hier. Die lege ich einfach mal hier auf die andere Seite des Bands. Da sollen sie mich nicht stören. Hier haben wir noch etwas Platz. Aber nicht, dass wir jemals noch die Kärtchen brauchen. Wir müssen eigentlich alles fertig geforscht haben. Gut. Dann machen wir hier die ganzen Kärtchen rein. Und dann nächste Forschung. Nächste Forschung. Wir können nur Zubehör forschen. das hier. Und. Wie sieht es aus? Da kommen die ersten Kärtchen. Wunderbar. Wie gefällt mir das? Und. Dann haben wir hier einfach noch die restlichen Labore. andere. Und dann auch hier in der unteren Reihe. Kärtchen. Und dann können wir uns dem nächsten Projekt widmen. das da ist Uran. Denn für die anderen Kärtchen brauchen wir Uran. und da geht die Forschung los in den neuen Laboren. Sieht spektakulär aus und klingt auch so wie es aussieht. Für die weiterführende Uranverarbeitung brauchen wir Zentrifugen. Und dann wollen wir natürlich auch irgendwann Kernreaktoren haben. Und für beides brauchen wir Beton. Und den haben wir noch nicht. Darum sollten wir den vielleicht herstellen. Und weil wir hierfür Siegelsteine wie auch Eisenerz brauchen. Denke ich macht es Sinn das hier irgendwo zu platzieren. Und wenn wir das konstant laufen lassen. Dann denke ich brauchen wir nicht so viele Maschinen. Herstelldauer ist 10 Sekunden. Jetzt würden wir das so machen. Beton. Wir brauchen natürlich auch Wasser. Okay. Die Forschung ist bereits durch. Das heißt wir können unser Auge auf weitere werfen. Vielleicht hier Geschwindigkeit. Hier ein paar Sachen. Die Raketensteuereinheiten. Das hier. Und dann sind wir hier mal mit der Queue voll. Das heißt hier. Auf der einen Seite brauchen wir Ziegelsteine. Auf der anderen Seite brauchen wir Eisenherz. Das hier. So machen. Ähm. Lader. Dann so eine Kiste. Ähm. Lader. Lader. Und dann. Dann. Gehen wir. Hier durch. noch. Und dann sind die Förderbänder wieder alle. Wie sollte es auch anders sein. Dann. 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 Binden wir das mal mit. Grossen Strom. Massen. Und äh. Da da. Wasser haben wir ja hier hinten sicher auch irgendwo. Oder auch nicht. Oder haben wir hier kein Wasser. Weil hier die Verbindung fehlt. Und dann funktioniert auch dieses Setup mit der Stahlproduktion. Dann ziehen wir hier noch einmal Wasser durch. Das hier hin. Und dann müssen wir nur noch Eisenerz anschließen. Ich bin ja glücklicherweise hier mit dem Auto unterwegs. Da etwas hin und her laufen. Was es ja nicht ist. Ein bisschen schneller. Mal schauen, wie weit die reichen werden. Zumindest für die Betonproduktion fertigzustellen sollte es geliehen. Und dann müssen wir nur etwas warten, bis wir genügend Beton haben. Damit wir die Uranverarbeitung angehen können. Schließen wir das hier mit an. Wir werden nicht allzu viel Eisenerz brauchen für unseren Beton. Und ich denke, Beton brauchen wir eigentlich nur für Gebäude. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich auch nicht direkt auf den Bus mit rauflegen. Und sobald das Eisenerz hier angekommen ist, werden wir auch Beton produzieren. Und nächstes Mal können wir dann damit beginnen, dieses Uranerzfeld zu beackern. Aus Uranerz selbst herzustellen. Und das werden wir dann für die nächste Forschung brauchen. Denn was wir eigentlich mit Uran wollen, bevor wir da Richtung Kernreaktion gehen. Wir wollen zuerst noch die Anreicherung forschen. Aber dafür brauchen wir eben die Lila Kärtchen. Was fehlt es uns hier? Man müsste vielleicht Wasser anschließen. Okay. Wir produzieren Beton und wenn wir das ein bisschen laufen lassen, dann bekommen wir ausreichend Beton raus, um uns für die verschiedenen Gebäude damit einzudecken. Und Zentrifugen brauchen wir nur 100. Und für die Kernreaktoren brauchen wir etwas mehr. 500 pro Reaktor. Und wir haben schon fast 100 hier im Lager. Gut, das war's für heute. Und ich sehe euch das nächste Mal wieder, wo wir uns um Uran kümmern. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.